Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Heute bauen wir diesen wunderschönen, runden Mittelalter-Turm und noch ein paar andere Sorten. Zudem werden wir einen kleinen Seed-Review haben, also viel Spaß. So, ich bin hier wieder drin und mir ist aufgefallen, dass ich immer entweder mit Ja oder So die Satze beginne, aber egal. Ja, heute ist es wieder ein Bild, aber diesmal eine Erstausstrahlung in Sachen Denkbomben. Und zwar lade ich dieses Video nicht nur auf Gamecraft Akademie hoch, sondern auch auf meinem Kanal, aber im ganzen Video. Also entweder ihr schaut das jetzt in zwei Teile an oder wartet bis Montag oder Dienstag, also morgen oder übermorgen und dann wird das auch auf meinem Kanal hochgeladen. Allerdings als komplettes, ganzes Video. So, wir bauen einen Turm. Und zwar nicht nur einen gewöhnlich hässlichen Turm, das gibt es leider viel zu oft. Und wir bauen einen ganz normalen, richtig schönen Ritterturm. Und zwar rund. Nicht eckig, sondern rund. So, wie baut man den rund? Also zu allem ist es mal wichtig, dass man Abwechslung reinbringt in Minecraft. Und das macht man vor allem mit verschiedenen Blöcken, also Style-Arten. Und natürlich auch mit verschiedenen Formen. Und es gibt auch im Real Life nicht nur eckige Türme, sondern auch sehr viele runde Türme. Und das ist sehr wichtig, das dann mal so zu machen. Hier. Sofort. Jetzt. Was wir hierbei beachten müssen. Wir benutzen, also ich benutze, man kann natürlich jeden möglichen anderen Stoff nehmen. Das ist Minecraft, das wisst ihr mittlerweile. Man kann alles hier variieren. Was ihr trotzdem darauf achten solltet, dass es nicht nur ein Stein ist. Oder ein Rohstoff. So, wir nehmen einen Cobblestone. Eichenholz. Eichenholz. Das war's. Der Turb ist fertig. Nein. So, wir machen einfach drei breit. Dann kommt hier einer hin. Dann kommt wieder hier einer hin. Dann so. Dann so. Und das machen wir dann so lange, bis wir einen Kreis haben. Tada. Der Kreis ist fertig. Ähm, so. Die Tür ist jetzt erstmal egal. Wir machen das Ganze zwölf hoch. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das machen wir jetzt einfach mal die ganze Zeit. Alles zwölf hoch. Könnte durchaus langweilig sein, aber das gehört auch dazu zum Leben. Ups. So. Ich hoffe, euch wird der Turm gefallen. Ich finde den sehr cool. Ich werde euch, ähm, sobald ich diesen Turm fertiggestellt habe, auch, ähm, in anderen Variationen zeigen. Ähm, ja. Also, lasst euch da mal überraschen oder spult gleich ans Ende des Videos, falls euch das jetzt nicht interessiert oder falls ihr gleich das Ergebnis sehen wollt. Was ihr ja sowieso schon am Anfang vor dem Intro gesehen habt, wie das Ganze aussehen wird, dieser Turm. Aber, ähm, die anderen Türme, falls ihr die sehen wollt, spult halt gleich ans Ende. Ähm, falls ihr den ganzen Bauvorschritt hier jetzt nicht sehen wollt, ist ja auch egal. Ähm, die von der GameCraft Academy, die stur und fest, ähm, nicht mich abonnieren wollen, aber das Video sehen wollen. Keine Beleidung soll das jetzt sein oder so. Ähm, die müssen sich dann halt noch gedulden, weil das wird garantiert nicht in diesem ersten Teil, weil es wird wieder zwei Teile geben. Ähm, wird es garantiert nicht in diesem ersten Teil geben, sondern erst im zweiten Teil. Wenn ihr also wissen wollt, wie diese Türme demnächst aussehen werden, schaut auf jeden Fall dann nächste Zeit mal auf meinem Kanal vorbei. So Montag oder Dienstag abends wird das Video bei mir hochgeladen. So, jetzt haben wir diesen Turm. Ba-bam! So. Ähm, von mir aus können wir jetzt hier einfach mal sowas machen. Ich werde nicht zeigen, wie ich das Ganze wieder innen einrichte, Treppen mache. Ich denke, das kriegt jeder selber hin. Okay, mir geht es nur um die Grundform. Jetzt beginnen wir mit folgendem Teil. Ähm, so. Wir machen das Ganze so, 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 so und reißen das wieder ab und machen hier dann so ein Teil hin. Finde ich besser, als wie man das Ganze irgendwie so macht oder so. Keine Ahnung. Ich mach's so. Könnt ihr natürlich selbst aussuchen. Muss ja nicht mal Holz sein. Kann natürlich auch wieder eine andere Holzsorte sein. Würde ich aber auf keinen Fall Birkenholz empfehlen, weil das ist ja hässlich. Also kann man nur für manche Sachen benutzen, wo es dann auch wirklich gut aussieht. Aber hier eindeutig ist das fehl am Platz. Wir machen das jetzt einfach mal hier an allen Stellen. Wer hätte das gedacht. Wer hätte das gedacht? Und da-dam, da-dam, so, so, so. Ganz genau. Und wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Wir setzen jetzt immer in dieses Teil hier einen grauen Block rein, da das Ganze mehr so ein Turmzimmer wird. Ähm, und die Fachwerkshäuser, die waren ja alle weiß und so. Man kann natürlich so ein kleines, schönes Hellgrau nehmen oder natürlich gleich das Weiß nehmen. Aber ich find beides sehr schön und hab mich jetzt einfach für das Hellgrau entschieden. Ähm, ja, das Ganze machen wir jetzt wie hoch? Vier. So. Machen wir einfach hier nochmal vier hoch. Und das dürfte dann auch reichen. Also ihr seht, es sieht bis jetzt schon eigentlich sehr cool aus, sehr rundig. Und, ähm, so einfach baut man runde Türme in Minecraft. So, man kann natürlich die Höhe auch variieren. Das müsst ihr euch jetzt nicht strikt an zwölf Blöcke halten. Ist natürlich total egal. Ihr könnt ja Glasscheiben oder Glasblöcke nehmen. Ich nehm aber immer ganz gerne, wenn die Möglichkeit besteht, Glasscheiben. Da das realistischer aussieht, ähm, hat man halt so einen kleinen Sims, so einen kleinen Balkon, ja, Balkon, ähm, Fensterbrett-Ding. Ja, Fensterbrett. Okay, ähm, so. So, so sieht das Ganze bis jetzt aus. Eigentlich überhaupt nicht schlecht. Und, ja. Dann würde ich sagen, muss ich jetzt leider kleinen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. Und ich bin wieder da. Hoho, ich hab den Satz mit und angefangen. Ich hab drauf geachtet. So, jetzt machen wir ganz strikt hier weiter. Wir, ähm, tun jetzt unsere hellgraue Wolle nehmen und tun die... Das leckt gerade ein bisschen, deswegen kann ich nicht so zü- Wirklich. Zügig abbehalten. So. Ähm, den machen wir einfach in der Höhe von diesen Holzstämmen. Ähm, tun das Ganze. Äh, vier hochziehen. Allerdings tun wir dieses untere wieder wegschlagen aus einem einfachen Grund. Könnten wir zwar lassen. Aber ich tu darunter sowieso noch später etwas bauen. Was ich ganz cool finde. Was ganz cool aussieht. Und, ja. Das werdet ihr sowieso gleich sehen. Weil hier jetzt sowieso die letzten zwei gerade gebaut werden. So. Ja. Okay. Jetzt, ähm, nehme ich hier diese Holztreppen. Und zwar das Fichtenholz. Also das ganz dunkle. Schneeholz. Also das Holz. Und tu das jetzt einfach hier so. ran. Und, ähm, das sieht natürlich kacke aus. Und machen das Ganze dann schließlich so, dass man... Oder wartet. Was sieht besser aus? Jetzt sagen, dass das besser aussieht, oder? Ja, lassen wir es so. Ähm, ich tu natürlich selbst immer wieder rumvariieren. Mitten in den Aufnahmen. Wie könnte das aussehen? Wie könnte das aussehen? Wie könnte das aussehen? Ja, das sieht kacke aus. Okay. Ähm, 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 ähm. Jetzt haben wir sogar schon alles. Und, ja. Ihr könnt natürlich auch... ...Zau nehmen darunter. Aber so finde ich das auch cool. So, ähm, ähm, jetzt nehmen wir uns das Dach vor. Wirklich, ähm, so ziemlich das Schwerste, würde ich sagen. Ein schönes Dach drauf zu zimmern, was vor allem rund ist. Das ist natürlich ganz wichtig, dass es rund ist. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ein runder Turm mit einem eckigen Dach bringt nicht wirklich was. Ähm, so. Das war's. Gute Nacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier alles zu. Ähm, ja. Man kriegt zwar ein Dach hin irgendwann, was vielleicht ganz rund aussieht. Aber ich hab da lang rumprobiert und die sahen zwar ganz okay aus. War jetzt aber nicht so, dass mega sahen eher aus wie so ein Ritterhelm danach. Ähm, aber egal. Ich mach jetzt alles mit, ähm, Holz zu. Damit ich hier eine bessere Baufläche habe. Ähm, ihr könnt natürlich dann später, wenn ihr hier einen Boden reingetan habt und so weiter. Und, äh, hier ist eine Pyramide, Alter. Ich hab so Glück in letzter Zeit. Wirklich. Äh, es ist ein anderes Dach. Ähm. Muss ich jetzt... Ah, egal. Ich erkund sie später und sag euch, was drin war. Der sieht es, äh, sieht man nicht mehr. Ha. Verdammt. Wie war das? Ich, ich schau später, später, was der sieht war. Ähm, genau. Ja, was wollte ich sagen? Genau, dann könnt ihr natürlich das hier alles wieder wegreißen. Das runde Zeug. Äh, das Holzzeug. Damit ihr in das Dach reinschauen könnt und so eine kleine Rundung habt. Sieht auch sehr cool aus. Was ich mache. Ist ganz einfach. Und zwar, ich tu jetzt einfach überall... ...einen dran verlängern. Hat einfach den Grund, ähm, weil, weil es dann halt so aussieht, wie es aussehen soll. Nämlich, cool. Ich glaube, es wird auch gerade dunkel, deswegen mache ich jetzt einfach mal das. Ja, die Sonne geht in die richtige Richtung. Ich mache jetzt unter diese Teile solche Zäune. Könnt ihr natürlich selbst aussuchen, was ihr da lieber haben wollt. Stufen oder Zäune. Ich finde, die Zäune kommen hier am besten rüber. Dann beginnt jetzt wirklich das Komplizierteste. So, wir machen jetzt einfach mal fünf solche Holzteile an dieser Seite. Das heißt, wir zählen jetzt vom Fenster aus zwei Blöcke. Und beim dritten machen wir eine Fünferreihe. Das gleiche machen wir... Äh, wartet. Ich schalte mich schnell auf blockiert. Äh, auf beschäftigt. Kann ich... ...besser machen. So. Also werde ich nicht mehr gestört. Ähm. Ich hoffe, wir haben es jetzt nicht gesehen oder so. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ist ja mein... Äh, Account-Ding von meinem Kanal, der Chat-Dotro. Wer mich im Skype haben will, mit mir chatten will, edit mich. Falls ihr Bock drauf habt. So. Wir achten einfach darauf, dass dieses Feld hier frei bleibt. Und machen jetzt dann schon mal mit den Treppen weiter. Wir machen jetzt genau drei Treppen. Und zwar so übereinander. Also so. So, so, so. Wir machen das nicht an jeder Seite nicht überall. Ganz einfach aus dem Grund. Weil wenn man das hier überall macht, sieht es so hässlich krass rund aus. Oder überhaupt nicht mehr rund. Und das geht gar nicht. Und die Rundung in Minecraft kommt eindeutig besser rüber, wenn nicht alles mit Treppen ist. Sondern wo man auch solche abstehenden Blöcke erkennt. Und das sieht dann auch viel besser aus. So, wir bauen jetzt, ähm... Wie war das? So, bauen wir das jetzt. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl gerade. Dass ich nämlich irgendwas falsch baue. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaub, das ist schon so richtig. Ups. Okay. Dann haben wir so eine Fläche. Ach so, ja. Das wär jetzt eigentlich unnötig gewesen. Aber egal. Wir bauen einfach hier nochmal was drauf. So, drei Stück. Und ihr seid korrekt, figurenst neben messy. Ich habe mit mir мн multiple Hierb�ams einen drücken. Und dann ist das kein Problem. Ich positive dich als wenn wir wegником. VerINA mit dem hier gemacht. Ich hab' gemeinsam Beises windows커 Vamos Breathabfl taco erst desperflicted Into detail.